turi 2 edition 20 agenda 20 23 ein buch über vielfalt nachhaltigkeit und resilienz für 2023 wünsche ich mir mehr also für mich mehr pausen mehr urlaub und für die welt weniger krisen ich glaube ich habe von allem viel genug mehr will ich gar nicht ehrlich gesagt wenn dann möchte ich besser seiner fähigkeit das wirklich wichtige von den dringenden dingen zu unterscheiden ich möchte 2023 mehr menschen sehen aus meinem engsten umfeld oder auch allgemein mehr menschen allgemein sehen die auch wirklich einfach nur ihre träume erfüllen und den auch nachgehen endlich möchte 2023 mehr frieden und zusammenarbeit mit teamplay international und allen eckmodellen menschlichkeit und solidarität für 2023 wünsche ich mir weniger ein bisschen weniger krise wäre schon irgendwie gut ein bisschen weniger stress von solchen externen faktoren wäre etwas was ich mir sehr für 2023 wünschen würde ich möchte 2023 weniger müde gesichter sehen möchte 2023 weniger krieg auseinandersetzung streit nörgelei das wird 2023 wirklich wichtig ich finde es eigentlich immer wichtig aber ich glaube jetzt nach dieser zeit der zusammenhalt werte basiertes leadership wichtig nächstes jahr ist irgendwie mehr solidarität zu sehen zu erleben zu finden und dass wir als gesellschaft in der lage sind das gemeinsame das verbindende über das trende zu stellen ich glaube 2023 wird es wirklich wichtig dass wir alle auf unser innerstes kind achten die turi 2 edition 20 inspiration für kommunikationsprofis ihr 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 ihr